So, die kommt dorthin. Hier hat sich nämlich alles umgedreht. Muss ich hier alles nochmal abbauen? Man weiß ja nie. Sind natürlich wieder hin und her geflogen hier. Mal sehen, ob das noch mit einem funktioniert. Ne, die müssen wieder richtig sortiert werden. Ja, fliegt doch überall hin. So, das sollte es sein. So. Sieht schon besser aus. Hm. Könnte mich ja fast wieder darüber aufregen, ne? Aber nein. Genau. Jetzt kommt das Schmerzding hier hin. Ein Ding da ran und ein Kübel drunter. Genau. So sieht es gut aus. Jetzt wieder auf die andere Seite. Aluminium. Da ist er. Der eine Aluminiumblock. Jetzt gucken wir da gespannt zu, was jetzt passiert. Ich mach's platt. Hupp, platt, platt. Das Ding ist platt. Genau. Und jetzt machen wir hier einmal. So, das war's auch schon wieder mit Aluminium. Ganz aufwand hier. Nur für ein bisschen Aluminium. Zinn ist das. Zinn. Ah. Ich frag mich, wo das Ding herkam. Ist eigentlich alles gut ausgeleuchtet hier. Hm. Vielleicht deswegen. Da sind sie. Da sind sie. Okay. Zinn ist fertig. Und das war's auch schon wieder mit Zinn. Zinn. Zinn ist hier schon. Na, ich glaub, die muss ich erst finden. Ah. Wie immer. Wie immer. Zinn. 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 Man weiß ja nicht. Man sollte sich auch ab und zu mal umgucken in Minecraft. So wie eben. Ich wär da schön eben in den Creeper reingelaufen. Ah. Zinn. 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 Hab ich mich zurück? Hört mich zurück? Ich bin alleine auf dieser Welt. Äh. Alle wollen mich fertig machen. Mhm. Ein Apfel gibt 40. Okay. Hm. Auch keine Bäume eingesammelt. Wundert mich. Äh. Plätzlinge. Da ist er. Achso. Ein kleiner Bug wieder mal. Mhm. Apropos Back. Wo ist mein Fisch? Ich will mich mal die ganze Zeit. Äh. Endlich mal wieder gesund ernähren hier. So. Oh. Ein verzauertes Buch. Schuhe. Sehr schön. Lederstiefel. Na. Wie sieht euer Bölber aus? Na ja. Schwarzbraun. Hm. Gefällt ihm nicht ganz. Aber na ja. Muss ja sein. Ein bisschen besser Resistenz sein hier. Gegen die kalte und grausame Welt. So. Was ist das? Kommt mal hier hin. Ähm. Wie essen die? Essenzbeeren. E. Braukessel bräu ich nicht. Essenzleitung. Food processor. Hm. Ha. Beanschuhe. Wo wo wo. Hm. Die kann ich anscheinend nicht öffnen. Die kann ich anscheinend nicht öffnen. Aber das werde ich mir jetzt mal machen, gucken, wie das funktioniert. Echsenhut. Imprägniertes Leder. Ich baue das einfach mal. Habe ich noch genug Eisen? Ja klar. 1, 2. Halt das für fun. Und wenn nicht, dann beschaue ich mir halt neues. Sechs dorthin und 1, 2, 3, 4. Natürlich war das falsch. Es muss nämlich auf ein... wo muss das hin? AW. Crafting. AW. Okay, jetzt gucken wir mal. AW. Es war AW, ne? Table. Coffee Table. Tischlampe. Hm, schade. Na ja, okay dann. Dann nicht. Hm. Wenn wir eine Ressource nicht brauchen will. So. Die Sensor kommen wieder rein. Hm, das kommt zu geschmolzen rein. So. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen was. Ah ja, der Fisch. Das ist ja jetzt ein Schablonen-Table. Und das ist ein Planen-Table. Doppel Enden. Der Fisch. So. Tja, wie kriege ich das bloß? Da steht Preis. Was kann ich denn hier reinschmeißen? Ähm, die Erde? Das wäre schon zwei Schokobücher, oder? Ne, immer noch eins. Doch, da. Schon zwei Schokobücher. Kann ich hier rausnehmen, auf jeden Fall. Wozu brauche ich hier ein Schokobuch? Ähm... Schon wieder Nacht draus, ne? Ähm... Ja, das hätte ich gerne. Aber das ist jetzt die Frage, ne? Wie kriege ich das? Wenn ihr rauskriegt, wie... Wenn ihr wisst, wie ich dieses Medium-Hall, diesem Stadt-Tower so machen kann, schreibt es mir einfach in die Kommentare, damit ich das wohl auch weiß. Was? Wollen wir ja nicht dumm sterben. Ähm... Ja, ist cool. Hier draußen. Ich sag bloß nicht, dass hier an einem einzigen... Ding hängen bleibt. Okay, dann setzen wir die Setzlinge wieder. Ähm... Nein... Genau so... Ich hab ja manchmal richtig so ein bisschen so... äh... Ah, Alumin... Oh! Sobald 3, diesmal! Also Creeper, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, die Spinner rätzt mich ja schon, ne? Ah, das sind mir ein paar zu viele da. Das war doch jetzt echt nicht so klar, ne? Es war so klar... Habe ich noch Erde momentan? Nein... Das war... Wie überraschend! Man... Da hat er mit... Damit echt nicht gerechnet. Na, jetzt kommt auch noch... Ja, kommt dich da... Hier. Hier hast nur Abschuss. Genau... Hm... Genau, komm noch ein bisschen dichter. Ja, komm, versuch's nochmal. Ja, komm! Ein hast frei! Komm! Ein hast frei! Bam! Das war auch nicht klar, dass die... Wenn ich auf dem Rückweg bin, dann wieder so auf den Creeper tauchen. Ach ja, ich bin ja so froh, dass es Creeper gibt. Diese Bambus wollte ich haben. Und diese Spinne wollte ich haben. So weit kann die aber nicht gekommen sein. Hm. Das ist ein Spider Rider, der neue Superheld von Firma XY, Spider Rider. So, oh ein Apfel, sehr schön, so, tada, 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 t wieder geht noch mal aufs klo und wir sehen uns bis dann euer weaver